Hey Freunde, herzlich willkommen hier zurück bei Don't Starve Together mit dem verrückten kleinen Roboter-Freund da oben. Das war ein... Ich bräuchte mal Holz. Hast du... Warte mal, ich bräuchte glaube ich... Ich bräuchte noch drei Holz. Hast du noch drei Holz für mich? Willst du machen? Pass auf. Warte, warte. Okay, Vorsicht. Vorsicht. Jetzt geht's los. Ein Regenschirm. Ding. Hä? Wieso kann ich hier noch einen machen? Was hast denn du gemacht? Warte. Warte. Ja. Bist du schon gespannt? Ein wenig. Hier. Ah, den Locksuit. Ist klar. Richtig, richtig. Danke dir, danke dir. Also, wir haben ein bisschen Platz. Wir haben Pläne. Wir haben Pläne. Willst du Pläne mal erzählen? Wir haben Pläne. Ja, wir müssen jetzt Steine irgendwie besorgen, rankriegen. Und wir laufen jetzt einfach mal rechts durch dieses schöne Heugebiet hier durch. Vielleicht finden wir da was, weil wir brauchen ja ein schönes Lager. Wir brauchen Steine, damit wir ein Steinlagerfeuer machen können, damit wir ziemlich cool sind. Ach, was will ich alles noch brauchen? Büsche, müssen wir noch ausgraben. Alles, alles. Ich laufe schon mal weiter. Hockbrot, Hasen, Hase. Ich laufe schon mal weiter. Flint könnten wir auch sehr gut gebrauchen, ne? Ah, hier sind Hasen. Hier sind viele Hasen, das ist gut. Mhm. Wir sind hier gerne bei solchen Heugebieten. Boah, sind hier viele. Warte, warte, ich komme. Wir brauchen drei Millionen Fein. Was braucht man für Fein? Ähm, Stöcker und Heu. Nur? Wo hast du denn hier geguckt? Lade mal. Perfekt. Ich denke mal. Perfekt. Und Essen brauchen wir auch. Zum Glück. Ach, hier ist ein Stein. Hier ist mindestens ein Stein schon mal. Willst du den abbauen? Ja, ich komme mit meiner... So lange werde ich hier angeln? Muss ich nur mal drücken? Yes. Ja, wenn es steht. Wenn da eine Angebisse hat, dann muss ich drücken, drücken. Muss ich mehrfach? Muss ich mehrfach drücken? Mhm, ich glaube. Ich mache das immer so. Okay. Einen Fisch haben wir schon mal. Fische heilen uns, Tatsache, sehr gut. Ja, ja. Und sind natürlich noch eine Ingredienz. Also beim Crock-Pot wird es irgendwann immer ein bisschen knapp, ne? Mit den Zutaten. Richtig. Und ich darf es nicht verkacken. Ich habe in den Kommentaren gelesen, du musst kochen. Ich darf nicht mehr kochen. Nee, ich habe es einmal auch übertrieben. Sack. Sehr gut. Drei Steine habe ich jetzt, Fischi. Das ist noch nicht the way to go, ne? Das ist viel zu wenig. Wir brauchen zwölf insgesamt. Komm, ich fische jetzt auch mal. Ja, fisch. Der Fisch, fischt. Jo. Ich bin ein Kannibale. Oh nein. Hier ist ein Frosch, hier ist ein Frosch. Hau ab, der Frosch ist echt scheiße. Ich mache den Kaprop. Du hast es nicht anders gewollt. Ich helf dir. Er hat mich verletzt. In meiner Ehre. Oh, oh! Oh, shit! Oh, shit! Oh, shit! Oh, shit! Die Rache der Todeswehrfrösche. Warte mal, hier sind doch Schweine. Pass mal auf. Wir haben drei Fische. Pass mal auf, so mache ich das immer, wenn ich alleine spiele. Wo sind denn jetzt die Schweine? Hier unten ist ein Haus. Da, 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 hier wird schon sich gekappelt rechts. Boah, sind hier viele. Einfach nur hingucken. Gib ihm Fleisch, gib ihm Fleisch. Nö, bräuchte er gar nicht, er spaltet sich ja schon. Oh, Flint, Flint, Flint. Oh, 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 geh weg, ist mein Fleisch. Nein, Schwein. Gehst du weg von den Frösch? Du machst das schon da drüben, ne? Da. Kann man eigentlich die Fallen bauen? Und, oh ja, die können wir jetzt schon bauen. Boah, ich habe schon vier Froschschenkel. Na? Hm, noch eins. Mir ist der Rasen ausgegangen. Oh, da oben sind... Das ist super, guck mal, hier kommen die ganzen Frösche angerannt, um sich mit den Schweinen zu kabbeln. Ne, ich meine... Oh, jetzt hat er mal jetzt dies gegessen, der Penner. Okay, ich gehe noch mal ein Stück zurück. Du kannst ja jetzt mal weitermachen da drüben. Ich baue schon mal die ersten Fallen auf. Ich brauche eindeutig noch mehr Steinen. Sonst wird das nichts mit unserem Lager. Ja, dann geh doch weiter und guck nach... Das Schwein ist gestorben. Hat eine Pickhaut hinterher? Hat eine Pickhaut hinterher? Pickhaut, ich glaube, das ist für dich super wichtig, für deinen Regen, ähm, eine Umbrella. Oh ja, oh ja, oh ja, nimm mit. Hab ich. Oh nein, das ist approaching. Oh nein, jetzt gehen die ganzen Viecher weg. Ist egal, komm. Hörschi, wo bist du? Ich stelle jetzt hier die Traps auf. Ich bin ein bisschen zurückgelaufen. Ah, zurück, okay. I'm on my way. Äh. Oh, hier liegen echt viele Froschschenkel. Oh, da ist Schnitzel. Oh, ich bringe einen Schnitzel mit nach Hause, Fischi. Yes! Schnitzel! Mein Lieblings! Okay, wir müssen... Okay. Laufen wir eigentlich zurück? Für die Nacht? Also, ich, ähm, da bist du ja. Ja, weiß ich nicht. Das ist eigentlich egal, oder? Ich würde sagen, ja, ich würde Farms bauen, so lange. Hm, für Farms brauchen wir auch Steine. Echt? Ach ja, wir brauchen ja die besseren bauen, ne? Weil wir so krass sind. Deine und er, aber die sind super, ne? Super. Okay, dann bauen wir uns irgendwo... Ich hab gar kein Holz. Hast du Holz dabei? Äh, äh, ja, komm mal zu mir, dann... Oh mein Gott. Nee, 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 komm, dann laufen wir jetzt weiter. Wir müssen irgendwo hin, wo Bäume sind. Fischi, ich hab keinen Platz mehr. Jetzt komm mit. Ich trag die ganze Zeit das Schnitzel vor mir. Okay, dann, dann hier. Ich bin da. Gib mir, gib mir Holz oder gib mir das, was du meinst. Warte, ich, ich mach ein, ein Lager. Pass auf. Hier. Ja, aber hier können wir doch auch nichts machen über Nacht. Ja, aber nicht so dicht am Teich. Fischi, ich habe Schnitzel für dich. Möchtest du Schnitzel? Soll ich dich gleich füttern? Also ich bin eigentlich relativ satt. Oder nicht? Aber du kannst mir schon noch was geben. Also so ist es... Schnitzel! Früchtig für die Champions! Und ein Fisch. Ist das eigentlich diskriminierend, wenn ich jetzt den Fisch auf... also brate? Nein, das ist total in Ordnung. Hier, guck mal, wie ich ihn verspeise. Okay, also ich habe jetzt sechs Fische. Das ist, glaube ich, schon fast zu viel, weil die werden ja auch schlecht. Wobei, mir ist es egal, aber dir nicht. Ist okay. Heilen ja auch. Ich bin echt ein bisschen angekratzt. Also, das ist super. Oh. Oh. Komm her, komm her, komm her. Okay, okay, okay. Okay, ich esse jetzt mal den Fisch hier. Und kriege dadurch auch... Oh, das bringt aber hier fast gar kein Leben. Nur ein Leben. Du bist ein Kannibale, weißt du das? Ja. Hm, ich habe... Shit. Kann ich dir den, ähm... Ich schaue mal, ob ich dir den Umbrella schon bauen kann. Wo ist denn das Ding? Das glaube ich nicht. Bestimmt bei Survival, oder? Oh, hast du zwei Spinnen... Ähm... Spinnenbeben-Dinger? Ich habe gar keine. Kann ich dir das geben? Oh. Draußen, rechts. Was hast du mir gegeben? Ich habe gerade nicht geguckt. Ach, nur dieses niedere... Ach, den. Shit, den kann er brauchen. Ich weiß noch gar nicht, was man damit macht. Hast du Kacke? Ob ich welche habe, oder ob ich welche brauche? Naja, wir können ja ein bisschen stacken, weißt du, weil ich bin quasi voll. Ja, gib mir die Scheiße. Gib mir die Scheiße. Denk an deinen Rucksack, ne? Ja, der ist schon voll. Ich habe da Essen drin, ne? Was hast du denn da alles drin? Poppelze. Die esse ich jetzt. Mh. Und ich habe vier bald verrottete Blumen bei mir. Mh. Und Froschschenkel. Ich habe auch acht bald verrottete Blumen. Ich mache noch mal ein paar mal Fallen, dass wir, bevor wir loslaufen, dass wir die noch mal stellen. Mach kein Feuer mehr rein. Ne, mach ich auch nicht. Ich mache mir gerade ein paar. Es wird jetzt, es wird jetzt leicht hakt. Mh, Froschschenkel. Mh. Oh, da ist Scheiße. Oh, meine Scheiße, meine Scheiße, meine Scheiße. Scheiße. Okay, hast du jetzt noch Holz? Ich glaube, wir müssen auf dem Weg echt mal holzen, ne? Ich habe noch fünf, ja. Aber so langsam wird es echt... Okay, warte. Noch ein paar Fallen aufstellen. Äh, hier. Hier unten ist auch noch eine, zwei sogar. Drei. Das sind jetzt viele. Oh, Stein. Perfekt. Aber es reicht, glaube ich, immer noch nicht. Es. Und? Habe ich noch eine Falle? Ne, ne? Ne, okay. Okay, sechs Steine. Jetzt brauche ich noch mal sechs. Da, Scheiße. Frosch, du rennst an der Scheiße. Oh, da ist ein Wurm noch. Und noch mehr Scheiße. Lass mich doch die Scheiße einsammeln, wir stecken doch. Achso, nicht mehr. Hier, hast du. Da. Da. Da, und das kannst du hier auch haben. Hier, das. So. Okay. Wollen wir weiter nach Süden? Weiter, weiter geht die Suche. Weiter geht die Suche. Warte mal, lass mich mal hier kurz gucken auf die Map. Ja, wollen wir rechts und dann nach unten, oder? Steine, Steine, ich habe sie, ich habe sie gefunden. Sehr gut. Zack, zack. Ich nehme schon mal derweil ein bisschen Gras mit. Ich habe keine Schaufel dabei. Das ist halt ein Problem in unserer heutigen Gesellschaft, ne? First-Word-Problems, ne? Ich habe keine Schaufel. Ja, so ist das Humor, ne? Ähm, ich brauche nur Pickaxe hier. Oh Gott sei Dank, ich kann nur eine machen. Sag mal, bist du so... Ne, ich bin, ich bin ja total verrückt, sehe ich gerade. Wieso das denn? Ich bin nur noch bei 76. Echt? Ähm, ich habe vier, ähm, Blumen für dich. Ja. Warte, mir fehlen jetzt noch. Warte, wenn du sie mir gegeben hast. Ah, jetzt. Okay. Ding. Oh, das ist so süß aus mit einem Blumenkranz. Diri. Okay, wo gehen wir lang? Wollen wir hier links ran, sagst du? Ja, und wir hier unten mal die Grenzen abstecken oder so, ne? Ja, okay. Ich habe jetzt... Oh, zehn Steine, ne? Zwei noch. Findet man doch auch schon. Wir brauchen viel mehr. Hier ist ja unser Gebiet. Viel, viel, viel mehr. Seht ihr das? Scheiße. Und hier kappen sich wieder Schweine. Oh. Bischi. Hier liegt ganz viel rum. Ah, nein. Bist du tot? Nein. Nein, aber die fressen immer gleich das Fleisch der Schweine. Das ist nicht gut. Ich muss mal Holz holen, weil wenn ich jetzt kein Holz hole, ich kenne das doch, das überrascht mich dann und dann bin ich plötzlich tot, weil Nacht ist. Ja, ich habe gerade einen letzten Stein gefunden und kann uns ein Lager bauen. Sehr gut. Das machen wir aber erst, wenn wir noch ein bisschen weiter geforscht haben, würde ich sagen. Ähm, ja, ich würde jetzt da das Lager hinhauen, das ist besser. Also, das... Warum denn? Aber dann läufst du doch da extra hin und dann kommst du wieder her. Ich muss da sowieso. Ich will dann Umbrella bauen und dafür brauche ich zum Beispiel jetzt Stöcker. Ich mache dir einen. Ich mache dir. Dann werde ich noch mal ein bisschen weiter gucken. Mhm. Und noch scheiße einsammeln. So, das muss genug Holz sein erstmal. Nimm mal ein paar Seeds mit. Ich habe so viele Seeds. Obwohl, sieben Stück ist eigentlich ganz okay. Ich habe schon 13. Mein Gehirn ist wieder auf 83 voll. Das ist gar nicht mal so scheiße. So, hier waren wir überall schon. So, 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 so bekloppt einfach. Wieso bist du denn so ein Miss Sugar? Ich weiß nicht, was so los ist. Scheiße. Oh, hier unten ist so ein, ist so ein Todesgebiet des Todes. Ja, da können wir dann mal hin, wenn wir uns so eine Schweinetruppe angelacht haben. Yes, yes. Ich sehe, ich sehe. Oh, Stein. Jetzt gibt es nur Steine. Nimm ich alles mit. Nimm ich alles mit. Die ganzen Beeren sind hier schon nachgewachsen. Echt? Jetzt schon? Ja. Was ist denn da los? Vielleicht hat er irgendwas hingeschissen. Ja, du lachst. Das kann natürlich auch sein. Hier sind ganz viele Blumen übrigens, Swishy, ne? Bei uns hier am Lager. Oh ja, die muss ich gleich mal sammeln. Wie weit bin ich denn jetzt weg? Einzelne Steine. Warum liegen hier einzelne Steine rum? Das ist manchmal so in der, in deren Wildnis. In der heutigen Gesellschaft ist es manchmal so, dass Steine einfach so rumliegen. Richtig. Sie liegen einfach so rum und wollen, ich weiß nicht, was sie wollen. Und sie wollen geliebt werden. Denn auch sie haben eine Seele und ein Herz. Haben sie? Ich weiß es nicht. Ja, sie haben. Geht mal was essen. Wir reden wieder, Blödsinn. Das ist so schön. 15, 16 Steine hab ich. Oh, wird Zeit für unser Lager. Ja, ich komm zurück. Ich komm zurück. Mal gucken, ob ich das schaffe. Lauf, kleiner Fischroboter. Oh, fuck. Oh, Firepit. Was packen wir denn wohl hier hin, ne? Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Oh. Teng. Oh, zickle. Nein, 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 nein. Oh. Höschi. 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 Da waren diese Froschmenschen und dieses Todesgebiet des Todes mit seinen Tentakeln und so. Und es war sehr gefährlich und ich muss jetzt weglaufen. War ein Sumpf. Das doch. Das ist, ja, das mit den, mit den komischen Zackenbäumen und so, weißt du. Sag mal, hier sind überall die Bären schon wieder gewachsen. Oh, Fleisch. Was ist los? Ich sammle die jetzt mal nicht ab, sonst vergammeln die noch. Oh. Ähm. Regenschirm füttert Fischi. Machst du jetzt? Ja, wenn ich kann. Ich brauche noch zwei Stöcker. Oh, das Monsterflash ist schon ziemlich schlecht. Fischi, bring mal zwei Stöcker mit, dann baue ich dir. Boah. Ich muss diese Blumen hier einsammeln. Lass mich in Ruhe, du dumme Spenne. Du musst langsam nach Hause kommen. Ich bin da. It would dark. Seats. Ja, stimmt. I want the seats. Zwei Stöcker, mein Lieber. Zwei. Nein! Oh, jetzt habe ich das Fleisch gegessen, ich wollte es so braten. Ist egal. Ja. Okay. Oh, ich bin schon voll. Zwei Stöcker? Zwei? Was willst du? Zwei Stöcker möchte ich haben. Äh, Stöcker, äh, Stöcker, äh, Gif. Entgegen. Ein, zwei. Dankeschön. So, dann kriegst du jetzt deinen Umbäller. Wieso kann ich denn jetzt nicht das hier basteln? Bitteschön. Achso, wir brauchen eine Alchemie-Geschichte. Ja, müssen wir auch noch machen. Dafür brauchen wir... Ach, sechs Gold. Oh, ich glaube nicht viel Gold. Dabei, jetzt können wir die Farben gar nicht machen, die bessere. Ach, scheiße. Darauf habe ich doch jetzt gesetzt. Was mache ich denn jetzt in der ganzen Nacht? Oh, zum Glück ist die kurz, die Nacht. Hier, pack mal dein ganzes niedere Zeug noch hier rein. Und Steine, was du so hast. Warte, ich gehe gleich raus. Ähm, so. Ganz da ran. Zwei Goldhombe. Okay. Das muss hier hin. Eigentlich bin ich relativ satt. Ich habe 96 Leben. Wie viel hast du? Äh, 99. Okay. Boah, es ist dunkel. Ja, pass auf, sonst pieksen. Optikel, Sensor, Aktiv. Na ja, toll. Das wäre geil, ne? Was machen wir denn jetzt? Ähm, ähm, ja, doof rumstehen und Gras absammeln. La, 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 la. So, lass mal einen Plan machen, Fischi. Plan. Okay, warte mal, warte mal. Was kostet dieses, dieses, ähm, wie macht man denn dieses Crock-Pot? Ach, da müssen wir Bäume für verbrennen. Mhm. Ähm, wollen wir, wollen wir nach Süden? Einfach straight nach Süden durch. Sag mal, rechts haben wir ausgekundschaftet. Also straight nach Süden unten ist ja doch dieses, dieses Sumpfgebiet. Ah, da warst du, okay. Dann links. Da war gerade, wir könnten, genau, wir könnten nach links raus. Okay, dann machen wir das, ähm, nicht so, ähm, nicht so, ähm, nicht so, tach, einfach nach links. Moment, aber dann muss ich Sachen hier mal weglegen. Was lege ich denn mal weg? Der Shit kann weg. Ich hab eigentlich relativ viel Platz. Ja, koch mir mal schnell die Schenkel hier durch. Fischi, komm, komm, wird her. Ja, wir müssen, wir müssen, wir müssen. Äh, was pack ich noch weg? Die Seeds. Hast du noch Hunger? Sag mal. Nee, ich hab, ich bin gut. So, so, hier alles Zeug, was ich brauche. Alles klar. Okay, komm. Der Tisch wird langsam schlecht. Ah, schon wieder das Cape gedrückt. Ich komme. Nimm ihn dir erstmal mit, den können wir noch durchbacken. Äh. Fiesi, Nora, Fiesi. Yes. Oh Gott, ich hab's langsam echt im Kreuz, ne, also. Ich merk das schon. Boah. Oh, mi. Oh, Piesi. Wofür, hab ich gesagt, brauchen wir die verbrannten Bäume? Äh, Kohle. Für den Crock-Pot. Für den Crock-Pot, genau. Okay, ja, genau. Okay, ja, okay. Ich hab's, okay. Ich hab's, danke. Ich hab's verstanden. Oh, 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 oh. Was ist, was ist, was ist, was ist? Guck mal. Oh, shit. Okay, nicht daran vielleicht. Fettes Nashorn. Zu spät. Oh, perfekt. Das sind Knochen. Knochen kann man gebrauchen. Was ist perfekt? Na, wer stirbt? Naja, ich warte dann immer ab, ne. Wenn zwei sich streiten, freut sich der Dritte. Ja, wir können jetzt nicht, wir können jetzt hier nicht abhängen. Wir brauchen den Shit jetzt erstmal nicht. Okay, okay, okay. Wir brauchen Steine, oh, maß und Gold. Das stimmt. Das wird sehr spannend. Oh, Wurmloch. Noch Wurmloch, okay. Wofür brauchen wir den Shit hier eigentlich? Ähm, Papyrus für, ähm, ja, Papyrus halt. Oh, ja, oh, ach so. Das wusste ich ja gar nicht. Damit kannst du Bücher machen. Richtig. Und wenn du Bücher machst, passieren da tolle Sachen, ne? Bleib auf der Straße, ne? Die biebt sich gleich nach links weg. Achtung. Jo. Ich warte mal auf dich. Warte mal auf mich. Nie wartest du auf mich und deswegen sterbe ich immer. Aufsieht's. Ja, ach nee. Deswegen erstürbst du also, ja? Ja. Ja, genau. Hm, hm. Okay. Das ist gemein. Lass mich leben. Schweine. Noch mehr Schweine. Ach, du Scheiße. Wir brauchen Steine. Steine. Keine Schweine. Wir sind Steine. Ja, aber so ein paar einzelne Steine. Wir brauchen eigentlich diese Goldsteine. Verdammt nochmal. Ja, ich weiß. Okay, die brauchen wir auch. Ist ja gut. Ich sammle die jetzt einfach mal ein hier. Ja, sammle. Nimm die auf jeden Fall mit. Nimm die auf jeden Fall mit. So. Da bist du. Okay. Nehm noch mehr. Komm, Steine werden nicht schlecht. Ja, eigentlich schon. Jetzt sind wir wieder Büffel. Büffeloni, wie ich das nenne. In Fachkreisen wird das so genannt. Ne, das wusstest du jetzt nicht. Kann, ist nicht so schlimm. Kann passieren. Ich bin halt so unwissend. Ja, aber das kriegen wir noch hin. Du kannst ja zu meinen Workshops kommen. Mach ich gerne. Kosten die was? Ja, die sind unglaublich teuer leider. Das tut mir leid. Wer macht denn sowas? Ja, das habe ich mir ja nicht ausgedacht. Hast du echte Anhängerschaft und so? Ja, ja. Also die Preise, die entscheidet mein Management. Was ist das denn? Achso, verstehe. Was ist das denn? Walrus Camp? Achso, Walrus. Ja, wenn hier Winter ist, dann nisten die sich vorwiegend an solchen Stellen ein. Ne, das Goldelsament. Wupp. Ich hab's. Neh mal mit, neh mal mit. Da oben ist noch ein Stein, aber kein Goldstein. Das bringt nix. Aber nur normaler. Wollen wir hier nach Norden durch, oder wie ist das? Warte. Schweine. Ey, Schweine. Echt ganz schön viele Schweine. Sau viele Schweine. Okay, sieht's. Irgendwie passiert hier gerade nix. Wir brauchen dringend Goldsteine. Ja, es ist halt, ähm... Es ist ja so ein bisschen glücksspielmäßig auch, ne? Also, was man findet und so. Oh, aber scheiße. Wir sind jetzt schon weit weg. Wir sind viel zu weit weg. Wir kommen nicht mehr zurück. Wir müssen weiterlaufen. Ja, weiß ich. Wir machen hier so ein Camp zwischendurch. Weiß. Oh, hier ist ein, ähm... Oh, ich, hier ist Steingebiet. Warte, das kriegen wir. Oh, yeah. Ne, es ist nur so ein halber Flatschen. Einzelner Fuck. Was ist da oben? Was ist das denn? Was ist das denn? Leg dich nicht schon wieder mit Sachen an, die du nicht... Ah, shit, ah, shit, ah, shit. Lauf, 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 lauf. Lauf. Ach, Fischi. Lauf. Oh mein Gott, sie werden mich töten. Sie werden mich töten. Sind sie abgedreht? Ich glaube, sie sind abgedreht. Alter, Schwier. Bei den Bienen sind immer unglaublich viele Blumen, wie man hier sieht. Und du gleich auch, hoffentlich. Ähm, die sind Tatsache böse. Wir müssen nach unten, nach Süden irgendwie. Komm mit. Okay. Ähm, Gräber wollen wir jetzt nicht. Oh, langsam wird Nacht. Oh, ich glaube, hier sind irgendwelche Viecher. Irgendwas kämpft gegen... Jo. Oh. Das Schwein hat gewonnen. Und dafür habe ich, ähm, lecker Essen, Rina. Ich bin ein bisschen aufgeregt. Aber weißt du was? Die Folge ist auch schon vorbei. Echt? Echt, ja? Wollen wir noch ein Nachtlager aufschlagen? Wir schlagen noch das... Warte mal, bleib mal kurz stehen, bitte. Obwohl, es ist noch so lange... Es ist noch so lange nicht Nacht. Es ist noch so lange nicht Nacht. Ach so. Okay. Ja gut, na dann würde ich, ähm, einfach sagen, wir machen das dann in der nächsten Folge von Don't Starve Together. Und wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne noch ein bisschen Daumenliebe da. Ansonsten freuen wir uns, wenn wir euch dann beim nächsten Mal begrüßen dürfen in der nächsten Folge von unserem kleinen Chaos-Trupp hier. Juhu! Bis dann, du und so. Bis dann. Tschüss. 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 Vielen Dank.